Hallo aus der PLSWD, die jetzt noch ein bisschen später das zugeschaltet haben. Ich möchte Ihnen ein bisschen vorstellen, was man denn zum Thema Applikationsperformance heutzutage alles entsprechend tun kann, was es da für Gesichtspunkte gibt und an ein paar Stellen ein bisschen tiefer ins Detail gehen. Dazu möchte ich Ihnen ein bisschen die Agenda hier vorstellen. Also erstmal ganz kurze Vorstellung der Firma Riverbate und der Firma Dacusoft. Mit wem haben Sie es denn da überhaupt zu tun und was sind so die Tätigkeitsfelder der entsprechenden Firmen? Und dann werde ich Ihnen das Ganze anhand von der Strategie von Riverbate, wie man so Applikationsperformance betrachten kann und betrachten sollte und analysieren kann, vorführen. Es geht da um die Steel Central Street und dann speziell bzw. im Detail halt um das Produkt App Internals in der aktuellsten Version Nummer 10, bei der sich so einiges geändert hat in Relation zu den Vorgängern. So und wenn wir am Ende der ganzen Geschichten noch Zeit haben, wie gesagt, der Inhalt ist so für 45 Minuten konzipiert, dann zeigt Ihnen das gerne auch mal am lebenden Objekt, damit Sie so ein bisschen außerhalb der Folien sich vorstellen können, wie sich das Ganze anfühlt und damit man einfach so ein bisschen das Gefühl hat, wie das Klicken so in dem Werkzeug ist. Wie der Herr Willens schon gesagt hat, am unteren Teil der GUI gibt es so ein kleines Chat und so einen kleinen Fragenbereich. Da können Sie halt die Fragen einfragen, die Sie unter Umständen haben und die werden wir dann halt versuchen, entweder, wenn der Herr Willens das schon während der ganzen Geschichte machen kann, parallel machen oder halt am Ende entsprechend der Allgemeinheit vorlesen und dann entsprechend versuchen zu beantworten. Wenn Sie Fragen haben, die nicht für alle Ohren gedacht sind, dann schreiben Sie das bitte mit einer kleinen Notiz dazu, das einfach privat davor schreiben und dann werden wir das nachgelagert mit Ihnen entsprechend klären. Okay, das so ein bisschen zum Organisatorischen der ganzen Geschichte. Ja, da sind wir, der Norbert Willens hat sich auch nochmal vorgestellt, Kontakt da hier nochmal an bei von ihm und auch entsprechend von mir. Falls es also wirklich tiefer gehende technische Fragen gibt, können Sie uns da entsprechend gerne ansprechen. Bei mir ist es per Mail meistens einfacher, mich zu erreichen, als per Telefon, weil ich doch relativ viel unterwegs bin. Wenn Sie Herrn Willens erreichen, wird er auf jeden Fall immer mich oder einen unserer anderen Techniker entsprechend erreichen können, der da dann für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung steht. Ja, wer ist die Firma Dacusurf? Das steht für Datenkommunikationsservice und da sind eigentlich so die Hauptstichworte eigentlich schon genannt. Es geht halt um Daten, die miteinander kommunizieren und wir verstehen uns dann wirklich als ganz starken Dienstleister. Das heißt, wir versuchen halt wirklich, naja, Probleme zu lösen, um halt an der Stelle halt für Sie tätig zu werden. Das Ganze wirklich aus dem Bereich ATM oder Performance Management. Das heißt, wir versuchen da halt wirklich, ja, Probleme sucht. Und so frei nach dem Motto, der Nutzer klickt, es dauert Ihnen zu lange und keiner weiß warum. Das sind Dinge, die wir halt versuchen, entsprechend mit Dienstleistung entsprechend zu erschlagen und Ihnen natürlich dann entsprechend auch die passenden Produkte zur Verfügung zu stellen, damit solche Thematiken halt gar nicht mehr im Nachhinein wieder auftreten können. Entschuldigung, nein, alles klar. Und ja, wir machen das natürlich nicht mit eigenen Produkten, sondern wir haben Partnerparträge mit entsprechenden Softwareherstellern und Riverbate, da wird es halt jetzt im Hauptsächlichen entsprechend drum gehen, über die entsprechenden Produkte. Alles sind aber wirklich Hersteller von Produkten oder die haben auch Produkte im Portfolio, so muss man es vielleicht sagen, die sich halt mit dem Thema Performance-Analyse, Troubleshooting, Visualisierung von Services etc. beschäftigen. Genau, was machen wir? Alles das, was sich im Endeffekt nur um Applikationen und Performance herumrangt, der Hauptpunkt, das ist auch so ein bisschen nach Priorität hier geordnet, ist halt wirklich das Troubleshooten bei Performance-Problemen. Also, wenn es wirklich in irgendeiner Form Antwort-Zeit-Probleme gibt, wenn die Performance-Richtung nicht verfügbarkeit geht, da sind wir halt bei sehr vielen Unternehmen in Deutschland immer wieder gerne als Dienstleister gesehen, um dann halt herauszubekommen, woran liegt die ganze Geschichte denn. Und dadurch haben wir natürlich auch mit den Produkten, die wir benutzen, einen sehr großen Erfahrungsschatz entsprechend angesammelt. Und an vielen Stellen sind die Kunden dann halt auch wirklich so, wie wir es nicht haben, begeistert von den Produkten. Aber wir haben halt eingesehen, dass einfach die Produkte an vielen Stellen und im permanenten Betrieb viel mehr Sinn machen, als das Ganze nur kurz als Dienstleistung sporadisch zu machen, dass dann halt auch entsprechend die Produkte gekauft werden und von uns halt auch gerne dann entsprechend geschult werden. Wie gesagt, das ist so einer der Wege, die häufiger mal funktionieren. Ja, die Firma Riverbate, die werden vielleicht viele schon mal, oder zumindest den Zernnamen werden viele schon mal gehört haben. Es gibt erstaunlicherweise genauso lange wie die Firma DarkoServe, seit 2002 ein amerikanisches Unternehmen. Ja, und wenn man die Firma Riverbate vielleicht schon mal gehört hat, dann hat man vielleicht in dem Zusammenhang auch den Begriff Steelhead unter Umständen schon mal gehört. Und es liegt halt daran, dass Riverbate eigentlich der Marktführer im Bereich Wahnoptimierung, Wahnbeschleunigung wird das manchmal so ein bisschen genannt, ist, ja, das ist eigentlich das Tool, um auf der Wahnstrecke im Endeffekt eine Anwendungsperformance herauszuführen. Riverbate hat aber im Laufe der Zeit erkannt, wenn man schon Marktführer ist, ist es halt sehr schwer, noch weiter zu wachsen, hat sich im Laufe der Zeit halt auch diverse Kenntnisse, diverse Skills, wie man so schön sagt, aus dem Bereich der Performance-Analyse, des Travel-Shoots, angeeigneten Produkte, entsprechend dem Portfolio hinzugefügt. Und das ist im Endeffekt das, was wir an der Stelle auch hauptsächlich tun, nämlich wirklich mit den Performance-Produkten der Firma Riverbate entsprechend agieren und da zu versuchen, ja, Performance-Probleme abzustellen. Wenn man sich Riverbate entsprechend anguckt, stellt man fest, ja, natürlich, Wahnoptimierung, das ist halt so, wirklich der, ja, das Hauptthema der Firma Riverbate, da sind sie halt wirklich, ich glaube, jetzt mittlerweile seit neun Jahren in Folge, Marktführer, dem kann auch fast die Menge an verwendeten Produkten, betrifft eigentlich kaum jemand das Wasserreichen, aber es gibt halt dann auch noch so Magic-Quadranten, die halt entsprechend darstellen, wie gut man aufgestellt ist zum Thema Netzwerk-Performance-Analyse und Applikations-Performance-Analyse. Und das ist halt wirklich die Idee von Riverbate, zu sagen, naja, gut, wir wollen halt wirklich in allen möglichen Quadranten halt möglichst weit nach rechts oben, also möglichst weit in diesen rechten oberen Quadranten kommen, um halt auch da unseren Kunden wirklich möglichst alles aus einer Hand entsprechend anbieten zu können. So, und jetzt ein bisschen zu der Thematik, mit der wir uns jetzt hier heute im Laufe der nächsten paar Minuten entsprechend beschäftigen wollen. Wenn man sich das hier mal so als typisches Unternehmensnetzwerk vorstellt, man hat halt hier Endnutzern mit unterschiedlichsten Endgeräten, man hat in irgendeiner Form ein Waren-Environment, das zwischen den Endnutzern und dem Data-Center, der Rechenzentrums-Infrastruktur steht. Unter Umständen hat man sogar noch Steelheads als Warenbeschleuniger oder Warenoptimierer oder vielleicht auch Produkte anderer Hersteller am Laufen und dann halt so den üblichen So an Anwendungen, Web-Server, Anwendungsserver, irgendwelche anderen Dienste wie Authentifizierung oder Cloud-Services und Datenbankensituationen gestellt werden. Und das Problem, das halt an vielen Stellen auftritt, dass halt, wenn aus Nutzer-Sicht halt Performance-Probleme gemeldet werden, durch einen Anruf beim Health-Test, schlimmsten Fall, dass dann natürlich vom Health-Test alle möglichen Teams, alle möglichen Abteilungen entsprechend involviert werden, um halt wirklich herauszubekommen, okay, Leute, der Nutzer hat ein Problem gemeldet, wo ist denn das Problem? Ja, und was dann so beim traditionellen Monitoring, dass das heutzutage immer noch in den meisten Unternehmen etabliert ist, und so Nagios zum Beispiel als gern genommene Lösung heutzutage, ist halt wirklich, dass die Sache, nö, also bei uns auf dem Web-Server, die Applikations-Server, nö, die Datenbanken, weil sind alle keine Performance-Probleme, und auch im Bereich der Netzwerke, die Weisen, das Monitoring und auch die Auslastung der Warenstrecken, die melden eigentlich alle grün, also die Strecken sind nicht überlastet, die Geräte sind alle optimal, und da ist natürlich so eine gewisse Diskrepanz, um halt einfach, wo liegt denn an der Stelle wirklich das Problem? Der Nutzer hat eins, in der Infrastruktur ist es mit dem traditionellen Monitoring an der Stelle einfach nicht nachvollziehbar. Das heißt, man braucht ein bisschen eine andere Sicht, und was ein Endnutzer sieht, oder was ein Endnutzer macht, das sind ja im Endeffekt Transaktionen, das heißt, der klickt auf die Suche in der SAP-GUI, der meldet sich eine Anwendung an, der will eine Suchung machen, und diese Transaktionen, die muss man ja versuchen, innerhalb dieser Infrastruktur irgendwie nachzuvollziehen, um herauszubekommen, und wo könnte denn wirklich das Problem an der Stelle liegen? Jetzt habe ich schon den Begriff Transaktion im Endeffekt ins Spiel gebracht, und dann ist jetzt die Frage, was ist denn eine Transaktion, beziehungsweise wie sieht denn ein Cyberbed sein, wo eine Transaktion ist? Na ja, zum Beispiel habe ich jetzt hier mal wieder eine Web-Anwendung genutzt, das heißt, hier wirklich einen kleinen Browser sozusagen, also ein Endgerät dargestellt, mittlerweile geht ja alles oder vieles, zumindest auch auf Services, aber ihr könnt natürlich auch fast schon ein Belieber, ja anderer Frontend sozusagen, so etwas für Funke stellen. Und was macht so ein Client? Natürlich der Nutzer, der klickt und macht irgendwas, und dann geht das Ganze, wenn wir jetzt unserem alten Infrastrukturbild von vorhin folgen, dann geht das Ganze halt irgendwo durch eine Warninfrastruktur, wird hier durch Netzwerkparameter, natürlich Bandbreite, Latenz, vielleicht durch die Optimierung entsprechend beeinflusst. Ja, und dann kommt es am ersten Ziel, am ersten Applikation, Teil entsprechend an, am Web-Server hier, und da wird das Ganze natürlich dann auch von diversen Parametern innerhalb der Applikation, der Infrastruktur beeinflusst, wird hier ein bisschen was verzögert. Es wird natürlich ein Quellcode ausgeführt, der dann entsprechend auch eine kleine Verzögerung verursacht. Das ganze Spielchen geht natürlich dann unter Umständen weiter, nach dem ersten Tool hier in der DMZ, wenn es von außen kommt, dann geht es halt eine Kommunikation durchs Lagen, und es gibt dann halt auch die nächsten Schichten, in der Regel mittlerweile sind es virtuelle Maschinen, ich habe einfach ein Delay durch den Hypervisor, ich habe halt unterschiedliche Variabler, und irgendwann geht es hier unten dann wieder per Netzwerkstiftung Datenbank. Das ist natürlich jetzt nur die halbe Niete, weil das Ganze muss auch entsprechend wieder zurück zum Endnutzer kommen, und was man dann hier hinten noch sehen kann, ist, die Daten werden natürlich über das Waren übertragen, hier kommt das Ganze dann wirklich am Endnutzer-PC an, und ganz zum Schluss gibt es natürlich auch noch eine Verarbeitungszeit auf dem PC, und wenn diese Verarbeitungszeit auf dem PC abgeschlossen ist, dann ist es für den Nutzer fertig, dann ist für den Nutzer die entsprechende Transaktion abgeschlossen. Und das sind jetzt halt so die Teile der Kommunikation oder der Transaktion, die wir heute mal betrachten wollen. Also, wie gesagt, den roten Teil, das ist jetzt im Endeffekt so Inhalt des Webinars, also all das, was sich innerhalb von Applikationsservern, von Anwendungsservern entsprechend befindet. Der grüne Teil wird durch den NPM-Teil der Firma Riverbate entsprechend auch abgedeckt, sodass man wirklich eine komplette Durchgängigkeit von solchen Transaktionen beurteilen kann. Hier sehen wir nochmal das Ganze entsprechend aufgeteilt nach entsprechenden Kategorien, und das ist halt wirklich das, was Riverbate als Transaktion angibt, um halt wirklich sagen zu können, ja, wir können wirklich vom Klick des Endnutzers bis zum Bild sozusagen fertig gerendert auf dem Endnutzer PC entsprechend die Antwortzeiten beurteilen und die Performance entsprechend beurteilen. Wie macht Riverbate das an der Stelle? Das ist natürlich nicht ein einzelnes Produkt, sondern es gibt halt viele einzelne Aspekte, und der rote Teil, der ist halt der App-Internals, also im Endeffekt der Server-Teil sozusagen, der Steel Central Suite, das sind viele Produkte, die halt auf ihrem Aufgabengebiet absolut spezialisiert sind, die die Netzwerk-Kommunikationen angucken, die die Applikationen angucken, und das Ganze ist halt so aufgewetzt, dass die Produkte sich miteinander integrieren können, dass sie miteinander kommunizieren, das wird hier so ein bisschen durch die gelben Pfeile angeordnet, und dass man halt auch im zentralen Portal tatsächlich sämtliche Ergebnisse übergreifend darstellen kann, dass man also eine Management-Sicht generieren kann, und dass man da an der Stelle auch wirklich in die Details von solchen Analysen hineingehen kann. So könnte so ein Portal zum Beispiel aussehen, dass man hier an der Stelle halt sagt, okay, ich habe jetzt hier wirklich mal die Übersicht für eine Anwendung, hier habe ich vielleicht die Sicht der Endnutzer-Antwortzeiten abgebildet, auf der rechten Seite ein paar Applikations-Performance-Parameter, hier unten was aus dem Bereich der Netzwerk-Performance, mal so entsprechend sämtliche Gesichtspunkte einer Performance einer Anwendung entsprechend abbilden zu können, und dann natürlich auch sagen zu können, ach, jetzt interessieren mich halt die entsprechenden Details, okay, jetzt mache ich hier einen Klick in die entsprechenden Informationen, wo es gerade rot wird unter Umständen, und kann dementsprechend dann halt analysieren, wo kann denn das ganze Problem unter Umständen her, und wo sind die Details für diese problematische Situation. Ja, genau, jetzt wollen wir so ein bisschen zu den Details im Endeffekt von App-Internals, oder zu der aktuellen Version von App-Internals kommen, zu App-Internals 10. Ja, ich fand dieses Bild ganz witzig, und habe das mal in die Präsentation mit eingeführt, aber das stellt eigentlich so ein bisschen dar, was andere APM-Lösungen, und auch was App-Internals früher gewesen ist, und wo sich das Ganze eigentlich mittlerweile entsprechend hinentwickelt hat. So APM-Lösungen, die sind groß, die müssen ja viel kennen und können, und dementsprechend sind die natürlich auch in der Regel halt wirklich schwer zu bedienen. Also ich muss natürlich unheimlich viele Parameter in irgendwelchen Konfigurationsfiles anpassen und eintragen, um sowas überhaupt entsprechend zum Lauf zu bringen. Und da hat man sich halt bei App-Internals gesagt, das haben wir zwar früher auch nicht anders gemacht als andere, aber mittlerweile, ja, das muss einfach besser gehen, das Thema Ease of Use ist etwas, was halt ganz, ganz wichtig ist, um halt entsprechend vernünftig mit so einer Anwendung arbeiten zu können. Ich möchte ja nicht hinterher App-Internals sozusagen auswendig kennen, sondern ich möchte ja das nur als Werkzeug benutzen, und hinterher halt meine eigene Anwendung halt analysieren, wie ich App-Internals probiert habe. Und dementsprechend, ja, Installation, das sollte halt innerhalb von ein paar Augen Blicken gehen. Ich möchte Trubbleshooting betreiben und nicht Wartezeit. Also ich möchte nicht Tage, oder zumindest viele Stunden mit der Installation und Konfiguration verbringen, sondern das Ganze sollte in ein paar Minuten fertig sein. Die Konfigurationsdatei, das sollte möglichst einfach sein. Das heißt, ich möchte nicht Konfigurationsdateien anpassen, ich möchte nicht Skripte modifizieren müssen, weil das ist auswendig und vor allem das ist total fehlerträchtig. Ja klar, mache ich natürlich von jeder Datei, die ich ediziert habe, ein Backup, aber bis ich dann die zehn Änderungen nochmal nachvollzogen habe, die ich gemacht habe, um den klitzekleinen Tippfehler zu finden, das kann ganz schön fies werden. Bei Ex-Termals, das werden wir gleich auf einmal ganz kurz sehen, haben wir halt eine einfache Web-Oberfläche, wo man ganz schleier sagen kann, okay, das sind die Prozesse, die erlaufen, die mich interessieren könnten, bitteschön, das sind denn jetzt wirklich die Dinge, die ich instrumentieren, die ich betrachten möchte. Auch bei der Lizenzierung hat man gesagt, wir machen das jetzt einfach, einfach, einfach. Es gibt halt ganz viele, oder es gab früher ganz viele Lizenzierungsoptionen, ich möchte hier ein bisschen und da ein bisschen und dort ein bisschen und dann muss ich im Endeffekt ein fünfseitiges Exklus-Suite ausfüllen, um hinterher zu wissen, was kostet mich denn der ganze Staat überhaupt. Und hier hat App-Internals oder Riverbeta an der Stelle mit App-Internals auch gesagt, nein, wir machen das ganz einfach. Wir wollen einfach wissen, okay, an welchen Stellen wollen wir messen. Das ist die Basis für unsere Kalkulation, diese Anzahl an Agenten und dann kann man sehr einfach sagen, okay, jetzt wissen wir im Endeffekt, was das Ganze entsprechend kosten würde. Und der letzte Punkt, ja, das Interface ist natürlich auch eine sehr wichtige Geschichte. Viele, viele Tools, ja, die haben dann einen FAT-Client oder die haben eine Web-Oberfläche, die Flash-basiert ist und Flash sagt man ja mittlerweile auch nicht. Das ist ja eigentlich schon quasi out, das ist aus Sicherheitsbedenken heraus kaum eigentlich noch nutzbar. FAT-Client, naja gut, ich möchte aber unter Linux arbeiten und FAT-Client, den gibt es vielleicht nur für Windows oder das ist halt ein Java-Client, ja, der funktioniert aber in beiden, aber dann gibt es halt sogar Firmen, die sagen, ja, bei uns in der Unternehmensinfrastruktur, ja, aber nur Version X und der Java-Client braucht Version Y. hatte App-Internals früher auch und da hat man halt auch gelernt, das geht halt einfach besser und jetzt mittlerweile gibt es halt ein Interface, eine Google, das ist HTML5, das läuft überall, ich habe im Endeffekt keine Voraussetzungen, außer halt ein Browser, der Java-Strip beherrscht und dementsprechend bin ich im Endeffekt ohne Installation von Software auf dem NECL-Gerät in wenigen Augenblicken auch. Das ist eigentlich so die Idee gewesen und wenn man das ein bisschen zusammen passen möchte, dann geht es halt einfach so eine Installation schnell, einfach Verwaltung der ganzen Geschichte, alles in automatischer Erkennung, damit ich halt möglichst wenig Chance habe, an der Stelle Fehler zu machen. Das war jetzt ein bisschen der Marketing-Teil, jetzt wird es wieder ein bisschen technischer. Wenn man sich das Ganze mal so überlegt, wie sieht denn so eine Transaktion aus Sicht einer Anwendung wirklich aus? Also wenn wir mal ganz links auf Seite des Endnotters wieder sitzen, dann hat das Ganze halt 40 oder knapp 41 Sekunden gedauert, das ist eine Zeit, die er entsprechend wahrnimmt und das teilt sich halt in Zeitanteile im Endeffekt auf, das ist auf der Riverbit-Terminologie der sogenannte Frontend-Delay und der Backend-Delay. Frontend-Delay, das ist im Endeffekt alles das, was sich mit Übertragung, mit, wie heißt denn die IP-Adresse von dem Server, mit Rendering, also mit Darstellen des Bildes im Browser entsprechend funktioniert. Also in diesem Fall von den 40,9 Sekunden ist das Ganze im Endeffekt 8,9 Sekunden, nennen wir es mal außerhalb der Applikation, außerhalb des Rechenzentrums entsprechend passiert. Das heißt also 32 Sekunden bleiben noch über, wo wir halt unter Umständen innerhalb unserer Anwendung vielleicht noch optimieren können. Und das müssen wir jetzt halt irgendwie versuchen halt auch nochmal aufzuschlüsseln, okay, also im Frontend-Bereich da können wir das auch nochmal so ein bisschen auf unterschiedliche Parameter herausbrechen und können wir sehen, okay, also das rausfinden, hallo www.dakosoft.de zu IP-Adressen, das hat keine Sekunde gedauert, na, das ist nicht optimal, aber das ist eigentlich in Ordnung. Das eigentliche Übertragen der Daten vom Server zum Client, das hat 1,4 Sekunden gedauert, na gut, jetzt muss man jetzt gucken, wie diese Datenmengen da übertragen worden sind, aber im Endeffekt auch nicht schlecht. Aber man sieht auch im Endeffekt Layout, also wie lange hat es im Endeffekt gedauert, das Ganze auf dem Desktop, auf dem Bildschirm, im Browser darzustellen, das waren 6,7 Sekunden. Das heißt, an dieser Stelle, ja, ein schnellerer PC auf Endnutzerseite würde hier helfen. Naja, zumindest um die 6,7 Sekunden zu reduzieren, aber wir haben ja gesehen, dass das Ganze hauptsächlich sich hier im Backend bis 32 Sekunden abspielt. Und das kann man halt auch entsprechend wieder aufdrösen, indem man sagt, okay, wie viel Zeit ist denn jetzt auf den einzelnen Applikationslehren passiert? Okay, der Web-Server mit 1,3 Sekunden, nicht schön, aber okay. 6,7 Sekunden auf dem Applikationsserver, ja, da könnte man auch was dran drehen, aber hier, Datenbank-Server, der ist ja im Endeffekt derjenige, der mit 24 Sekunden das Büro der Antwortzeit beinhaltet. Und wenn man sich das dann genauer anguckt, kann man halt auch wirklich genau identifizieren, welche Teile oder welche Statements sind das denn jetzt hier? Ja gut, hier sind halt bestimmte Klassen, die halt, die DEF-Klasse, die hat halt 6,3 Sekunden dauert auf dem Applikationsserver hier insgesamt hier eine Sekunde im .NET-Bereich, aber hier ist ein Query mit 20 Sekunden, das select x vom y. Das ist im Endeffekt für fast 50% der Gesamtzeit verantwortlich. Das heißt, wenn ich es schaffe, dieses Query zu optimieren oder wenn ich es schaffe, die Datenbank zu optimieren, dass sie mit diesem Query besser klarkommt, dann habe ich eigentlich schon gewonnen, dann habe ich eigentlich schon herausbekommen, wo mein Problem ist und habe im Endeffekt auch schon dem Anwendungsentwickler oder dem Datenbank-Team einen schönen Hinweis gegeben, wo denn wirklich das Problem ist, was man entsprechend lösen konnte. Jetzt geht es wieder ein bisschen um Marketing. App-Internals, wofür ist das da? Um das nochmal so zusammenzufassen, erst mal identifiziere ich halt wirklich dadurch, dass ich echte Anweserantwortzeiten habe. Also das, was im Browser passiert, wir kommen gleich noch dazu, wie wir das Ganze hinbekommen, weiß ich natürlich genau, wer, wann, welche Performance-Probleme hatte. Also in welchem Land, in welcher Lokation und ich kann sogar identifizieren, was für ein Betriebssystem und was für ein Browser und für eine IP-Adresse das war. Das heißt, ich weiß genau, wer hatte Probleme und wer hatte keine Probleme. Das zweite ist halt wirklich, ich gucke mir sämtliche Endnutzer-Transaktionen an. Ich habe für sämtliche Endnutzer-Transaktionen 24-7, wie man so schön sagt, habe ich die Informationen und wie diese Transaktion sich von der Antwortzeit zusammengesetzt hat. Und das heißt, ich habe keine Blindspots, ich sehe nicht nur 10% aller Transaktionen, sondern ich weiß wirklich genau, was in meiner Infrastruktur passiert. Und diese Transaktionen, die habe ich dann halt auch hinterher für Big-Data-Analysen, alles spricht heutzutage von Big-Data, aber für Analysen aufgrund von maschinellem Lernen zur Verfügung, um halt einfach sagen zu können, okay, wo gibt es denn da unter Umständen Zusammenhänge? Wo gibt es Transaktionen, die sich gleich verhalten, um dann einfach sagen zu können, das ist ein Problem der Anwendung, das ist ein Problem der Infrastruktur, das ist ein Problem des Datenbankswertes. Ja, und Big-Data nochmal so ein bisschen aufgedröselt, was ich gerade schon gesagt habe, also wirklich, wo sind Auswirkungen spürbar, also welche Endnutzerbereiche sind da unter Umständen von betroffen und natürlich auch, dass, ja, ich möchte natürlich nach Möglichkeit nicht meine Nadeln im Heuhaufen suchen, sondern ich möchte natürlich nach Möglichkeit den Heuhaufen zur Seite räumen und möchte nur auf die Nadeln haben. Und auch das ist im Endeffekt mit App Internal 10 an der Herstelle entsprechend möglich. So, und jetzt lassen Sie uns mal überlegen, wie ist denn das überhaupt machbar? Was braucht man für eine Infrastruktur dazu? Na ja, die Infrastruktur ist relativ einfach eigentlich zu betrachten. Wir fangen in der Regel an, indem wir halt einen ESX-Server an der Herstelle haben und eine entsprechende virtuelle Maschine darauf deployen. Das macht das Ganze möglichst einfach. Wir haben eine gesicherte Infrastruktur und das Ganze ist in fünf Minuten durch. Wenn man das nicht haben möchte, kann man natürlich auch eine dedizierte Installation also an Applikation und Datenbank auf einem entsprechenden Linux-Server installieren, dann hat man halt etwas mehr Kontrolle über das, was man in seiner Infrastruktur am Laufen hat. Aufwände sind im Endeffekt auch nicht wesentlich größer. Ich muss halt ein bisschen klicken, ein bisschen mehr tippen an der Herstelle. Na gut, und der zweite Teil sind natürlich die überwachten Anwendungs-Saber. Da können wir halt mit sehr vielen Betriebssystemen haben, also eigentlich alles, was so in der Infrastruktur normalerweise zu finden ist, also diverse Linux-Betriebssysteme, Windows, I, Solaris, sind hier halt entsprechend kompatibel. Und da wird halt so ein App-Internals-Agent installiert, und dieser App-Internals-Agent, der ist halt zum einen in der Lage, wirklich Java, Dotnet-Anwendungen, Betriebssystem-Parameter etc. entsprechend auszulesen, und diese ganzen Informationen, Traces, das sind Applikations-Traces, Metriken und natürlich auch Konfigurationsänderungen etc. an diesen zentralen Server zu schicken. Wie man sieht, ist es auch eine Standardkommunikation über HTTPS, das heißt, man muss da auch keine Geschichten in Firewalls großartig freischalten, das ist halt ganz normal HTTPS über Secure, und dementsprechend ist das Ganze sicher, keine Inhalte können so großartig abgelauscht werden, zumindest nicht ohne das Vertrieb daran aufwand. Ja, und dann interessiert mich natürlich auch noch, was die Anwendungsnüster an der Stelle erfahren, an Antwortzeiten, und da wird der sogenannte End-User-Experience-Biton genutzt. Was ist das? Jedes Mal, wenn man auf eine URL, auf eine Webseite zugreift, dann wird ein kleines Stückchen JavaScript mit im Browser vom Endnutzer ausgeführt, und dieses kleine Stückchen JavaScript, das macht eigentlich nichts anders, als zu sagen, auf welchem Betriebssystem bin ich gelassen, was für eine IP-Adresse, was für ein Browser, und was für Antwortzeiten da habe ich gehabt, in den Kriterien, die wir vorhin entsprechend aufgeschlüsselt haben, also nach DNS, Auflösungszeit, nach Übertragungszeit, nach Verhindungszeit, damit ich einfach so eine Information, eine Idee bekomme, okay, wie lange hat es gedauert, bis die Informationen am Ende angekommen sind, und wie sich die Antwortzeiten zusammengesetzt hat. Das Ganze ist schön einfach gehalten, das heißt, ich muss hier auch nicht aktiv werden, denn mein App-In-Tunnels-Agent hier unten, der ist ja sozusagen eh in der Anwendung integriert, oder in die Anwendung integriert. Und dementsprechend baut er diesen End-User-Experience-Beacon, also dieses Stückchen JavaScript, automatisch in die URLs des End-Nutzers ein. Das heißt, wenn alles gut geht, es gibt immer Ausnahmen, es gibt Applikations-Frameworks, die das an der Stelle verhindern, aber in der Regel ist es so, dass ich keinerlei Konfigurationen habe, dass ich nichtmals meine Web-Anwendungen anpassen muss, und das ist natürlich auch sehr gut, wenn ich hochgradig dynamische Anwendungen habe. Wenn die Dialoge dynamisch generiert werden, hätte ich viel zu tun, wenn ich in jede URL unterstützt einen JavaScript einbauen wollte. Nein, hier passiert das Ganze automatisch. Ja, und dann ist noch eine Ecke frei, wie ich schon gesagt hatte, die End-Nutzer, die jetzt halt wirklich mit App-Internals arbeiten wollen, als diejenigen, die halt wirklich Troubleshooting betreiben wollen, oder sollen, oder müssen, die können halt ganz normal auf dem Browser auch das entsprechende Web-Anwendungs-Frameworks zugreifen, können dich entsprechend authentifizieren, und können dann halt entsprechend Analysen fahren, oder App-Internals konfigurieren, zu dir entsprechend Analysen. Keine weiteren Voraussetzungen, das stimmt. Ja, um das einfach mal zu zeigen, naja gut, wie schnell das Ganze geht, das ist jetzt eigentlich auch mehr zum Nachlesen hinterher gedacht, weil diese Präsentation Ihnen auch entsprechend als Unterlage zur Verfügung gestellt wird. Es geht wirklich darum, die entsprechende virtuelle Maschine in die ESX und in den ESX-Server einzuspielen. Das Ganze dauert ein paar Minuten, und dann habe ich hier schon mein JavaScript Log-In-Fenster, wo ich am Ende das nicht authentifizieren kann. Die Installation von dem Agenten, die geht eigentlich sogar noch schneller. Hier ist mal das Windows-Beispiel im Screenshot aufgeführt. Ich muss im Endeffekt nur sagen, okay, hier in dem mittleren Teil, an welchen Server möchte ich denn wirklich meine Applikationsdaten oder meine Messdaten schicken, und von wem darf ich denn konfiguriert werden, und dann ist das Ganze entsprechend auch das. Das sieht auf der Linux oder auf der Unix-Seite generell absolut identisch aus, nur dass es halt nicht in so Dialogboxen stattfindet, sondern dass ich halt ein kleines Skript habe, was mich durch die entsprechenden Menüpunkte durchführt. Das Ergebnis ist aber im Endeffekt das Gleiche. Was dann passiert auf der Server-Seite wieder, also wir haben ja erst den Server aufgesetzt, jetzt haben wir hier so ein bisschen auf die Agenteninstallation gewartet, ein paar Augenblicke, dann sehe ich halt, dass sich ein neuer Server hier an der Stelle gemeldet hat, ich sehe schon mal, was für ein Betriebssystem der hat, und einen entsprechenden Namen sehe ich natürlich auch, und dann kann ich mir einfach hier ausrufen in der Web-GUI, welche Services möchte ich denn jetzt bitte schön betrachten. Das heißt, ich möchte hier Instrumentieren, ich möchte halt hier entsprechende Teile auswählen, hier sind jetzt nur IAS, also das ist nicht Windows-Teile entsprechend zu sehen, das Gleiche ist identisch für die Java-Welt, man kann einfach nur anklicken, was ich instrumentieren möchte, man kann natürlich noch ein bisschen weiter konfigurieren, aber grundsätzlich ist alles das, was ich tun muss. Was man tun muss, und das ist bei jedem APM-Tool an der Stelle so, ich muss halt hier auf der Stelle einmal den Applikationsserver, die JVM, entsprechend durchstarten, damit sie mit den neuen Monitoring-Parametern aktiv werden kann. Aber das Schöne daran ist, ich kann mir das hier ganz normal zu Bürozeiten, sag ich mal, schon mal konfigurieren, da passiert nichts, das tut der Anwendung nicht weh, und nachts, wenn dann unter Umständen die Anwendung eh automatisch durchgestartet wird, dann wird das Ganze hier auch aktiviert, und am nächsten Tag, wenn ich dann zum mal am Arbeitsplatz komme, sehe ich schon die ersten Messdaten, weil ja dann nachts um drei nach der Minutezeit wieder in die Informationen reingekommen sind. Ganz wichtig an der Stelle ist auch, wir brauchen keine Route- oder Admon-Rechte, um das Ganze zu machen, weil das läuft ganz normal in einem entsprechenden Nutzer-Kontext, das heißt, ich muss da also auch keine besonderen Rechte machen, es wird auch in einem Dediz hier im Nutzer angelegt, so dass es genau nachvollziehen ist, wenn es auch da innerhalb der Anwendung innerhalb des Betriebssystems passiert, wenn ich dann halt wirklich solche Geschichten haben möchte, dass zum Beispiel der Agent nach dem Reboot eines Servers, also sein Betriebssystem mal aus irgendwelchen Gründen durchgestartet wird, automatisch wieder hochgefahren wird, dann muss das halt einmal von einem Nutzer mit Route-Rechten in eine entsprechende Liste, in eine entsprechende Konfiguration eingetragen werden, das kann das Installations-Skript auch selber machen, wenn ich ihm die entsprechenden Informationen, die entsprechenden Rechte mitgebe, hat aber eigentlich nichts mit der Funktionalität von App-Internals an der Stelle zu tun. Das heißt, die Funktionalität kommt komplett ohne Reboots vom Server und auch ohne irgendwelche Admin-Bassie-Rechner an der Stelle aus. Wie sieht das Ganze aus? Das ist jetzt einfach mal so ein Anblick, ich sehe gerade schon eine etwas älteren Version der GUI, aber da hat sich nichts Prinzipielles an der Stelle geändert. Das heißt, ich bekomme hier erstmal einen Überblick über meine Applikationslandschaft, die auf der rechten Seite so ein bisschen versteckt, auch eine Application Map, das heißt, ich kann hier genau sehen, wer mit wem kommuniziert hat, also welche Endnutzer, auch welche Anwendungsteile, auch welche Services zugegriffen haben und halt auch was innerhalb der Anwendung zwischen den entsprechenden Services passiert ist. Und ich sehe halt auch für die entsprechenden Server, was jetzt wirklich Kriterien sind, dass halt wirklich Applikationsperformance schlecht gewesen ist, dass halt wirklich die Server-Response dann hoch gewesen ist unter Umständen, in welchen Bereichen der Welt schlechte Performance gewesen ist, also hier ist alles grüß, hier haben alle Nutzer im Endeffekt YouTube-Performance-Werte gehabt und so weiter und so fort. Und aus all diesen Sichten, aus diesen Übersichten kann ich im Endeffekt sagen, ich möchte jetzt einen entsprechenden Drill-Down machen, um zu sagen, okay, die interessieren halt bestimmte Transaktionen mehr als andere. Hier sieht man halt bei meinen ganzen Transaktionen, die ich hier aufgelistet habe, nur für die Home-Transaktionen, da ist die Kugel halt entsprechend rot anstatt grün, die Farbe und die Größe, da geht es immer so ein bisschen um die Menge der Transaktionen und zum Beispiel um die Antwortzeiten, die jetzt festgestellt worden sind. Und dann kann ich halt einfach an der Stelle sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich mal ein bisschen was denn jetzt diese Home-Transaktion ausmacht. Also warum ist es gerade rot geworden? Ich mache dann einen entsprechenden Drill-Down und stelle dann fest, hier habe ich jetzt wirklich sämtliche Transaktionen, die wirklich nur die Home-Transaktionen gewesen sind. Also wo wirklich die Antwortzeiten oder wo die Antwortzeiten geschiltert sind auf diese entsprechende einzelne Transaktion. Aber jedes dieser kleinen Pünktchen ist halt wirklich die Transaktion, die von einem dedikierten Nutzer ausgeführt worden ist. Hier unten sieht man das Ganze dann in der entsprechenden Tabelle und hier kann ich dann auch wirklich genau rein drillen und wirklich zu sagen, okay, für diese entsprechende Transaktion hier von einem entsprechenden Endnutzer, da hätte ich bitte schön gerne die Information, wie ist es denn dazu gekommen, dass die Antwortzeiten so gewesen sind, wie sie gewesen sind. Wenn ich dann so einen Drill-Down entsprechend mache, sehe ich genau angezeigt, okay, der Nutzer hat auf einen Web-Server zugegriffen, in diesem Fall hat die entsprechende Services in Anspruch genommen, die haben untereinander auch weiter kommuniziert unter Umständen im Datenbank-Server und genau wie sich halt auch wirklich die Antwortzeiten entsprechend zusammengesetzt hat, also welche Anteile woran beteiligt gewesen sind, welche Methoden es gewesen sind und so weiter und so fort. Hier habe ich natürlich, man sieht, die GUI ist da natürlich mit vielen Informationen versehen, ich habe hier zum Beispiel die Möglichkeit entsprechend zu filtern, ich kann sagen, ich hätte nur die langsamsten Transaktionen oder die Transaktionen mit vielen Exceptions entsprechend dargestellt worden, möchte nach bestimmten IP-Adressen oder Nutzernamen oder Transaktionen entsprechend filtern oder ich kann natürlich mir hier auch delizierte kreis ausdenken, das heißt, wenn ich jetzt wirklich möchte, dass ich ganz komische Suchkriterien aussuche, die man nicht so durch Klicken in der GUI zusammenbekommen kann, kann ich das im Endeffekt so ähnlich, wie man vielleicht von SQL-Kreis, wenn jemand von Ihnen mit Datenbanken zu tun hat, entsprechend Analysen fahren, um einfach rauszubekommen, okay, welche Transaktionen sind es gewesen und was ist es wirklich dann im nächsten Schritt in der Detailanalyse, was diese Antwortzeichen entsprechend ausgemacht hat. Was man hier in diesem Analysebereich natürlich auch machen kann, man kann entsprechend Reports generieren, die man dann anderen zur Verfügung stellen kann, man kann sogenannte Permanent Links aufsetzen, damit man auch ohne Zugrück normalerweise auch die Anwendung entsprechend mit den Ergebnissen arbeiten kann. Genau, hier ist nochmal ein kleiner Bereich oder kleines Beispiel, das ist natürlich nicht so mein Fokus, mir geht es ja mehr um Troubleshooting, um Analyse, aber man kann natürlich, das ist ja noch nur als Beispiel, deswegen nochmal in der Präsentation drin, entsprechende Reports generieren, um dann halt auch wirklich sagen zu können, okay, wie sind denn bestimmte Transaktionen von der Performance gewesen, vom Volumen gewesen und so weiter und so da gibt es auch eine relativ große Menge an Reports, die man nutzen kann und die man natürlich auch custom halten kann. So, Big Data, das ist ja in aller Munde, ich sage immer, die Nadeln im Heuhausen finden, ist viel schöner, das Wichtige ist halt hier hinten in diesem Text, da steht halt in irgendeiner Form überall Riverbill drin und ich brauche halt einfach das richtige Werkzeug und dementsprechend momentan eine Brille mit Rotfilter, die mir halt wirklich die Möglichkeiten gibt zu sehen, okay, wo ist denn mein eigenstes Problem in dem Fall, wo ist denn der Name Riverbill auf dieser Seite zu stellen und wenn ich das falsche Werkzeug habe, den Blaufilter, nützt mir das herzlichen nicht. Das ist eigentlich die Idee von Big Data und das ist natürlich auch hier in App Insurance an der Stelle umgesetzt. Wenn ich mir jetzt hier nochmal meine Menge an Transaktionen betrachte, dann sehe ich natürlich auch den ersten Blick, boah, hier sind Transaktionen, die sind unglaublich langsam. Das findet man relativ einfach und das finden eigentlich auch alle APM-Tools der Welt, weil die sagen natürlich, boah, ich mache halt so einen Durchschnitt meiner Antwortzeiten und messe dann der Durchschnitt mag hier vielleicht bei drei Sekunden oder so liegen, müssen wir mal die Antwortzeiten alle aufordieren, wenn jemand Zeit dafür hat, ich nehme das Ergebnis gerne entgegen und dann weiß ich halt, okay, alles was hier über so und so viele Sekunden liegt, ist über dem Durchschnitt und dann sind das die langsamen Transaktionen und dafür werden entsprechende Details abgespeichert. Wenn ich mir das so betrachte, sage ich mir natürlich auch, okay, das sind jetzt tausende von Transaktionen, die hier drin ablaufen und hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf von diesen, keine Ahnung, 10.000 Transaktionen, die jetzt hier halt wirklich so extrem langsam gewesen sind. Ja, das ist natürlich etwas, was man analysieren sollte, wo diese elf Endnutzer, als sie geklickt haben, vielleicht jetzt nicht die beste Laune gehabt haben, als das passiert ist, aber sind denn diese vier Sekunden hier der Interessant, nicht viel interessanter, weil vier Sekunden ist ja vielleicht auch keine wirklich gute Antwortzeit. Eigentlich sind doch hier vielleicht alles, was unter ein Sekunden interessant ist, das ist interessant oder uninteressant oder uninteressant und alles, was hier oben in diesem Bereich ist, naja, das ist eigentlich das, wo die meisten Nutzer am häufigsten drunter bleiben. Und da ist halt App & Turtles mit ihrer Big Data Analyse in der Lage einfach zu sagen, ich finde einfach mal Transaktionen raus, die einem geheimen Schema oder einem gemeinsamen Schema folgen. Also ich kann sogenannte Clustering-Analysen fahren. Was sind die Transaktionen, die unter Umständen am gleichen Zeitpunkt, gleiche Methoden, Ausführungen etc. haben, die unter Umständen viel, viel mehr Nutzer betreffen und die aber im Endeffekt gar nicht gesehen werden, wenn ich einfach nur die langsamsten oder nur die wenigen Ausnahmen betreffe. Das heißt, ich muss halt wirklich gucken, was ist denn halt wirklich das, was meine Anwendung insgesamt langsam macht und nicht, was sind denn die riesen Ausnahmen von der Performance. Anderes Beispiel, hier nochmal so ein ähnlicher Ansatz an der Stelle gefahren. Ich möchte ja nicht wissen, warum der langsamste Teil meiner Anwendung langsam ist, sondern ich möchte halt wissen, warum sich alle permanent beschweren. Und wenn ich mir so zwei Transaktionen hier vielleicht wirklich die beiden langsamsten Transaktionen von ganz vielen angucken würde, würde ich sagen, okay, hier die Operation, der Teil B, das ist halt derjenige, der die hohe Antwortzeit ausüßt. Und naja, Operanz muss ich jetzt der Entwicklung geben, weil die anderen Teile der Transaktion sind ja entsprechend schnell, okay, eine Anwendungsentwicklung kann das Problem lösen. Wenn ich mir jetzt aber mal wirklich angucke, wie denn meine Gesamtzahl an Transaktionen innerhalb von einer Stunde passiert, also die 1400 Transaktionen passiert, dann stelle ich fest, hm, dazu eindeutig ist das Bild an der Stelle gar nicht. Wenn ich das über alle betrachte, stelle ich fest, dass eigentlich so fast eine Gleichverteilung, naja gut, 49 zu 50, also ein bisschen Kommarechnung wird dann halt hier noch der Juhl-Schönung geschuldet, also eine ungefähre Gleichverteilung der Antwortzeiten. Nein, ich habe kein Programmierproblem in Operation B, sondern ich habe ein generelles Infrastrukturproblem. Die Anwendung ist einfach in allen Bereichen immer langsam. Heißt, eine ganz andere Lösung zu meinem Problem, der Anwendungsentwickler, der sich hier mit Operation B die ganze Zeit rumgeschlagen hätte, wäre, ja, wäre doch etwas überfordert. So, jetzt haben wir knappe dreiviertel Stunde rum. Jetzt möchte ich Ihnen das Ganze nochmal in Live zeigen, so 5 bis 10 Minuten und dann haben wir nochmal 5 Minuten etwa, um halt entsprechend aufgelaufene Fragen entsprechend zu beantworten. Dazu muss ich jetzt einmal kurz umschalten. So, und hier sind wir dann auf unserer kleinen Demo-Installation von Appinternals angekommen. Das ist jetzt hier leider nur ein Testsystem, weil die Silverbit Demo-Installation, die wir eigentlich nutzen wollten, momentan nicht zur Verfügung steht. Aber man kann trotzdem die ganzen Prinzipien entsprechend nachvollziehen, was hier an der Stelle passiert. Man sieht, ich habe das Ganze zum letzten Mal vor einer Stunde etwa aktualisiert, das heißt, ich gehe jetzt hier mal auf die Informationen der letzten Viertelstunde, um einfach nachvollziehen zu können, was ist denn in meiner Anwendung innerhalb der letzten paar Minuten hier passiert. Und dann kann ich halt hier genau nachvollziehen, okay, wie viele Transaktionen sind passiert, wie sehen Antwortzeiten aus. Wir haben leider keinen Nutzer gehabt, die hier in diesem Zeitfenster auf unsere Anwendung zugegriffen haben. Ansonsten hätte man das Ganze ja auch entsprechend bunt, wie wir es schon in Powerpoint gesehen haben und könnte entsprechend auch nachvollziehen, okay, ich habe jetzt hier halt in Deutschland unter Umständen noch irgendwelche Regionen und könnte dann hier auch die Bundesländer nachvollziehen. Natürlich kann ich auch konfigurieren, dass ich eigene IP-Adressbereiche in meinen Standorten entsprechend habe, um dementsprechend zu sagen, okay, mein Standort in Berlin hat einen entsprechenden IP-Adressbereich und in Hessen oder Nordrhein-Westfalen sind es halt entsprechend andere Bereiche. Was sich hier im Doppelklick gerade passiert, das kann man hier oben auch sehen, es wird ein entsprechender Filter gesetzt, ab sofort würde ich im Endeffekt bei meinen ganzen nächsten Analysen nur noch Transaktionen betrachten, die halt wirklich hier auf dem Bereich Deutschland zum Beispiel zustande gekommen sind. Das Ganze addiert sich auch entsprechend auf, das heißt, ich kann dann entsprechende Filter auch zusammenbauen oder sie natürlich auch wieder wegnehmen. Transaktionen hatten wir vorhin auch, das heißt, ich habe hier auch die Möglichkeit entsprechend zu sagen, über einen Doppelklick entsprechend die entsprechende Filterung anzustoßen, dann werden hier nur die Transaktionen angeworfen oder über einen Rättsklick kann ich dann auch direkt in die Details von den ganzen Geschichten gehen. Ich nehme auch hier diesen Filter mal wieder raus. Was ich noch zur Verfügung habe, ist die sogenannte Application Map, das heißt, hier kann ich jetzt mal angucken, was denn halt in meiner Anwendung passiert ist. Man sieht hier, hier waren sich zum Beispiel nur sozusagen Dienst im Hintergrund beschäftigt, da sind keine Endlitzer-Aktivitäten gewesen hier in dieser Anwendung, da sind zumindest anonyme Nutzer entsprechend auch zugegriffen und man sieht auch von welcher IP-Adresse die zugegriffen haben, die Netzwerker unter Ihnen wird das entsprechend auch sagen und welche Datenbanken halt hier in der Form jetzt gewesen sind. Was hier jetzt wirklich instrumentiert worden ist, sind wirklich nur diese grünen Bereiche, das heißt auf den Datenbanken sind keine Messagenten installiert worden, das ist auch gar nicht nötig, weil ich sehe ja im Endeffekt die Queries, die zum Beispiel hier von dem Anwendungs-Server aus ausgelöst werden und wie die Antwortzeiten sind und dementsprechend kann ich natürlich auch ohne Information hier auf dieser Seite genau sagen, wie sich denn die Antwortzeiten zusammengesetzt haben. Mal gucken, ob ich den Zeitbereich ein bisschen größer wähle, damit ich ein bisschen was mehr zu sehen bekomme. Was man hier auch sehen kann, ein Diagramm, die sind halt alle dynamisch, das heißt, ich kann hier halt entsprechend sehen, wie sich diese entsprechenden Zeiten zusammengesetzt haben, ich kann das Ganze entsprechend auch vergrößern und verkleinern und ich kann dann halt auch sagen, hier hast du jetzt ein Spike gegeben und das ist auf Grund von Applikationscode, was man hier unten an der Agende sehen kann, gewesen, dann kann ich halt auch direkt im Rechtsblick auch die ganze Geschichte machen und sagen, okay, dann zeige ich mir doch bitte schön mal, was hier an der Stelle an Code passiert ist und jetzt wird hier im Endeffekt automatisch ein entsprechendes Query zusammengebaut, um mir zu sagen, okay, welche Transaktionen sind denn jetzt halt wirklich von diesen entsprechenden Performance-Problemen, es sind natürlich keine echten Performance-Probleme, entsprechend betroffen zu geben. So handelt sich das durch die ganze Geschichte durch, das heißt, ich habe hier den Überblick, ich kann mir die Applikationsübersicht angucken, dass ich dann sagen kann, okay, ich möchte halt nur so bestimmte Bereiche das angucken, ich kann hier auch einen entsprechenden Filter setzen, auch einen entsprechenden Host oder auch einen entsprechenden JVM oder auch einen entsprechenden Applikations-Server an sich, ich kann nach Transaktionen filtern, es sind jetzt wenige drin definiert worden, das heißt, ich kann mich also auch Business-Transaktionen ablegen, kann meinen entsprechenden Server betrachten, die involviert sind und auch wieder in der Testung geben, eine Maschine, auf der das Ganze läuft und so weiter und so fort. Aber es müssten eigentlich mehr sein, genau, weil ich hatte ja vorhin einen Filter gesetzt, zwei Windows-Maschinen, sehe hier, wie sich das Ganze im Überblick darstellt, wie die Transaktionen entsprechend passieren und so weiter und habe dann halt hier immer die Möglichkeit, tiefer reinzugehen. Last but not least kommt man in der Regel hier an dem sogenannten Search-Bereich an, das heißt, hier ist der Bereich, wo es ja wirklich sämtliche Transaktionen, die halt innerhalb meiner Infrastruktur passiert sind, darstellen und visualisieren kann. Ich sehe halt hier das Ganze nach IP-Adressen aufgesortiert, ich sehe das Ganze hier nach Nutzernamen, wenn es Authentifizierung gegeben hat, entsprechend dargestellt, was für Transaktionen es gewesen sind und kann dann zum Beispiel sagen, jetzt interessiert mich halt hier von dem Anonymous-User die Transaktionen, dann werden hier wirklich nur noch diese entsprechenden Transaktionen dargestellt, kann hier zeitlich reinfiltern, wenn ich das Ganze machen möchte und dann habe ich halt hier wirklich die Möglichkeit zu sagen. So und jetzt zeig mir doch bitte mal die Details für so eine entsprechende Transaktion an. Wie man sieht, sind jetzt hier keine Endnutzer-Antwortzeiten involviert gewesen, weil das halt hier irgendein Mechanismus ist, der automatisch passiert. Das hatte ich schon mal vorhin ein paar Transaktionen rausgesucht, nur würde das wirklich bei einer Transaktion aussuchen, aussehen, die halt wirklich von einem realen Endnutzer-Passiert gemacht worden ist. Das ist ein anonymer Zugriff auf eine sogenannte Service-Host-Anwendung gewesen. Ich sehe halt, wie die Anwendung, die Zeit sich im Endeffekt auf Nutzer-Sicht zusammengesetzt hat, DNS-Auflösung und das Downloaden der ganzen Geschichte und was halt innerhalb des Applikations-Servers passiert ist. Das heißt, dann kann ich halt wirklich auch sagen, okay, das ist jetzt hier zum Beispiel die Transaktion oder der Call, der im Endeffekt am längsten gedauert hat in der ganzen Geschichte. Wo ist denn das in meiner Anwendung gewesen? Dann kann ich halt hier wirklich auch direkt bis im Endeffekt in den Tree reingehen, um zu sehen, okay, das ist hier der Aufruf gewesen, der halt wirklich den Hauptzeit, die Hauptzeit, der ganzen Geschichte gedauert hat, mit eventuell übergebenen Parametern, mit Fashion-IDs und so weiter und so fort. Also alles, was man im Endeffekt für die Troubleshooting-Analyse braucht. Es gibt auch noch weitere Werkzeuge der Firma Riverbeth, die halt Applikationsanalyse ermöglichen, vor allen Dingen halt auch im Zusammenhang mit Netzwerk-Traces, Paket-Traces und dafür macht es halt auch Sinn, so ein Applikations-Trace hier runterladen zu können, um dann sagen zu können, okay, ich möchte das Netzwerk-Trace, die Netzwerkspakete und die Applikations-Trace wirklich in einer GUI zu betrachten und dann habe ich natürlich auch direkt das, was man vorhin so ein bisschen in der Übersichtspräsentation gesehen hat, den Brückenschlag wirklich zwischen Applikationssicht und Serversicht gezogen, um mal wirklich an der Stelle dann sagen zu können, okay, ich habe eine Durchgängigkeit meiner Transaktionsbetrachtung von der Endnutzer-Trace, vom Klick sozusagen über die Netzwerkkommunikation, über das, was innerhalb des Browsers passiert, das, was innerhalb des Applikations-Servers passiert ist und halt entsprechend inklusive der Rendering-Zeit, was dann am Endnutzer-PC entsprechend passiert und entsprechend dabei rauskommt. Ja, was wollte ich Ihnen noch zeigen? Ach ja, einmal kurz diese Möglichkeiten, die man hier noch auf die Analyse hat, also das ist hier wirklich die Suche, wenn man sich noch nicht so gut mit auskennt, kann man natürlich erst mal generell sagen, ich möchte halt einfach, ja, die schnellsten, die langsamsten Transaktionen mit den meisten Exceptions entsprechend haben, kann hier so ein bisschen filtern in der ganzen Geschichte und da ich ja noch nicht wirklich so gut mit der Anwendung auskenne, habe ich hier halt auch wirklich die Möglichkeit, die gesamten Filter-Kriterien hier per Klick entsprechend zu suchen. Und wenn ich das dann habe, dann sehe ich natürlich auch, okay, hier gibt es dann so User-Name equals, so, und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, hier entsprechenden Nutzernamen auszusuchen, aber in dem Zeitfenster hat halt nur wirklich der Anonymous-User entsprechend daraus zu suchen. Das sind Quarries, die entsprechend zusammenkommen und wenn ich mich ein bisschen besser mit der Anwendung entsprechend auskenne, dann kann ich natürlich auch sagen, okay, so, und was passiert jetzt noch? Das Ganze soll entsprechend, der Nutzername Anonymous soll gepiped werden in einem anderen Nutzern müssen. Oder ich sage halt, oder die Response-Time, die ich halt hier an der Stelle habe, soll halt größer so gewesen sein. So kann ich mir entsprechende Quarries zusammenbauen, um halt wirklich sehr einfach Analysen durchzuführen, die dann halt auch natürlich für späteren Gebrauch entsprechend aufgehoben werden können. Ganze Reporting steckt entsprechend hier drin. Das hier habe ich alle möglichen vordefinierten Quarries. Hier habe ich auch zum Beispiel die Clustering-Möglichkeit und die ganzen Reports drin. Das sollte ich jetzt mal. So, und dann kann man halt auch sehen, zum Beispiel sind in meinem Zeitraum keine Transaktionen gelaufen. So, und dann kann man halt schon sehen, was es denn hier für Mengen an Clustern gibt, also die wirklich zusammenhängen, dass es hier wirklich nach bestimmten Methoden entsprechend sortiert wird, dass es hier bestimmte Geschichten gibt, die halt einfach Auffälligkeiten zeigen, erstaunlicherweise immer zum gleichen Zeitpunkt werden hier bestimmte Sachen gemacht, und kann dann hier halt auch entsprechend in die Tiefenanalyse gehen, um zu sagen, okay, was steckt denn jetzt wirklich konkret hinter meinen Transaktionen, was ist hier entsprechend drin passiert. so, jetzt bin ich eigentlich mit dem Präsentationsteil zu Ende, und würde jetzt meinen Kollegen Norbert Wilms bitten, unter Umständen nochmal die Fragen vorzulesen, die gestellt worden sind, damit wir die entsprechend beantworten können, ja, und ich hoffe, es war einigermaßen interessant für Sie, und ansonsten, wenn es wirklich Fragen gibt, über das hier, was so ein Webinar bieten kann, hinausgehen, bitte schön, wenden Sie sich dann an uns per Mail oder per Handy. Norbert, bitte schön. Ja, danke Frank für die Präsentation, prima. Fragen sind jetzt noch keine reingekommen, ich möchte mich an der Stelle aber schon mal bei allen Teilnehmern für die Teilnahme an dem Webinar bedanken. Was diese Präsentation anbelangt, die kann ich Ihnen gerne zuschicken nach Beendigung des Webinars, warten wir noch ein Momentchen, schauen wir mal, ob da noch Fragen reinkommen, ansonsten gibt es aber auch die Möglichkeit hier unter dem Punkt Unterlagen, sich als PEF diese Präsentation runterzuladen. Ja, so wie es ausschaut, kommt da jetzt nichts an Fragen. Na gut, naja, in diesem Sinne schönen Dank von meiner Seite. Wacht mal noch einen Moment. Norbert, ich sehe gerade, hier gibt es eine Frage von dem Herrn Moll, dass es hier eine Frage zum Thema App-in-Terms und App-Response-Integration gibt. Und ja, das sind ja zwei Produkte, die sich im Endeffekt beide mit Anwendungs-Performance beschäftigen. Wenn Sie die Frage so gestellt haben, gehe ich mal davon aus, dass Sie App-Response kennen. Für die anderen App-Response ist halt ein Werkzeug, das Netzwerkspakete betrachtet und Netzwerkspakete im Endeffekt passiv analysiert, um dann halt aus diesen Netzwerkspaketen sozusagen zu ermitteln, welche Nutzer haben mit welchen Anwendungen kommuniziert, welche Datenmengen sind übertragen worden und für uns natürlich aus dem Performance-Gesichtspunkt heraus, wie ist die Antwortzeit für diese Endnutzer gewesen. Das heißt, all das, was im Endeffekt so zwischen Nutzer und Applikations-Sower passiert, oder Web-Sower passiert, das kann man hier natürlich entsprechend abdecken mit der App-Response-App-App-Response. App-Internals und App-Response, jetzt muss ich mir nochmal die genaue Frage hinterher durchlesen, wo unterscheiden sich diese und wie genau lassen sich die Endnutzer-Projekte mit einem oder mit beiden entsprechend feststellen. App-Response sagt Ihnen natürlich genau, okay, der Nutzer hat eine Antwortzeit von so und so viele Sekunden oder so und so viele Millisekunden gehabt. Und das macht er halt wirklich passiv für alle Kommunikationen, die an dieser entsprechenden App-Line vorbeikommen. Was natürlich an der Stelle fehlt, wenn jetzt die Antwortzeit wirklich hoch gewesen ist, sage ich jetzt einfach mal so hoch, also wenn es zwei Sekunden gedauert hat für eine entsprechende URL zum Beispiel, die zugegriffen worden ist, dann fehlt natürlich bei App-Response erstmal die Beantwortung der Frage, woran hat es den gelegenen Backend? Ich sehe ja nur, dass insgesamt die Serverantwortzeit nach oben gegangen ist. All das, was halt wirklich den Drill-Down sozusagen in die Applikationsinfrastruktur ausmacht, da kann App-Response wenig an der Stelle beitragen. Was App-Response für App-Internals an der Stelle tut, ist halt zu sagen, okay, wenn beide Anwendungen, also App-Internals und App-Response die gleiche Transaktion gesehen haben, dann werden die App-Internals Informationen nochmal mit den Transaktionsdaten, die App-Response gemessen hat, angereichert. Das heißt, ich sehe dann sozusagen, was App-Response gemessen hat und kann den direkten Drill-Down dann auch in die App-Response Web-Screen machen, um zum Beispiel das Netzwerk dräht, runterzuladen und so weiter und so fort. Das ist einfach ein bisschen andere Perspektive und App-Response, wie ich gerade schon gesagt habe, bleibt halt einfach wie sich in den Applikationsserver hinein verwehrt und das Ganze ist dann im Endeffekt der spannende Punkt, warum man halt beide haben kann oder warum beide an der Stelle sich ergänzend Sinn machen. Ja, ich hoffe, das hat Ihre Frage einigermaßen beantwortet. Wenn nicht, können wir gerne telefonieren. Ich gehe mal davon aus, wir haben Ihre Kontaktdaten oder Sie rufen mich einfach an. Die Handynummer ist ja auch in der Präsentation drin, dann können wir uns da gerne nochmal ein paar Minuten entsprechend drüber unterhalten. Ja, ansonsten sehe ich jetzt keine weiteren Fragen. Von daher würde ich sagen, ja, danke für Ihre Teilnahme und ich hoffe, es war interessant. Ah, Herr Moll, gern geschehen und dementsprechend ja, es würde mich freuen, wenn es so spannend oder so interessant war, dass Sie vielleicht nochmal das ein oder andere Webinar von uns besuchen würden. Okay, ich wünsche Ihnen was, bis zum nächsten Mal, tschüss. Auch von meiner Seite Dankeschön und bis zum nächsten Mal, tschüss.